Wir haben noch 30 Sekunden. Jetzt können wir das in unsere Lieben schicken. Oh, das ist schön. Ja, also wir sind jetzt im, da müssen wir gucken, im Australia Zoo. Vom Steve Irwin. Schön. Ja. Stimmt, tschüss. Warte mal. Unsere ist größer. Das ging an Lilly, ne? Ja. Falsch. Tschüss.